Ja! Lasilis B-stick D-I-B-work This guy is going crazy Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Aber ist es ein Problem? Nein, ich verstehe nicht. Er geht ballistisch. Er schweigt mich. Er schweigt mich. Er schweigt mich. Ich würde dir helfen. Lassen Sie es. Der da ist schuld da dran. Der hat jetzt drei Tage angebracht. Und jetzt ist es los hier. Mit der Vorstellung. Hier ist Ende. Nein, Sieg mir nur Luft, nur mit Schuld hier geben. Ja. Und jetzt ist es gut. Und jetzt ist es gut. Und jetzt ist es so. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Hey, was die Hellen war das? Der andere Mann hatte in meinem Dör, er hat 60 Jahre alt, hat mich überrascht. Ich kam nach dem Weg nach dem Weg. Er ist geschwächt. Er ist mir auf die Stasse. Mit einer helmet. so you have to go to the reception and tell them you can't live here with this but that's unreal sorry well the thing is he said we never had a problem with him before maybe it's you he said at the reception yes so we go together to the reception like I'm trying to do work on my laptop you can see yourself because one I don't know what he's saying in German but I know it's not nice I think they are really psychedelic I don't know it's very foolish I just want to get my stuff but he's going crazy at these guys as well like I didn't do nothing he's just they've gone crazy like I don't know what the hell's going on all I want to do is get my stuff to move and they're like out of it again and I said excuse me can you like see what's happening and I know I don't understand German but I know it's not good but they're aggressive about as aggressive as you can get right because it's only happy so I don't know what's happening which you can do yeah Yeah I find that I don't know I don't know Okay I'm good Thank you Okay there are two social difficulties yeah that's работу yeah and they're withК yeah Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.